Wenn man sich mit der betrieblichen Organisation beschäftigt, stolpert man sehr schnell über den Begriff Ablauforganisation, im Gegensatz zur Aufbauorganisation. Um was es sich bei der Ablauforganisation genau handelt und warum Ablauforganisation und Aufbauorganisation zusammenpassen sollten, das verrate ich in diesem Video. Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Die Ablauforganisation beschäftigt sich mit den betrieblichen Abläufen, also den Prozessen oder auch Geschäftsprozessen und insbesondere mit wiederkehrenden Prozessen wie einer Kundenbestellung, einer Materialbestellung, einer Bauausführung oder einer Montage. Und hier möchte ich jetzt gleich einen kurzen, aber wirklich wichtigen Exkurs für Handwerker und Ingenieurbüros einschieben. Viele Gewerke sprechen von Projekten, zum Beispiel wenn ein Dachdeckerbetrieb ein neues Dach eindeckt, weil ja jedes Dach eigentlich individuell zu betrachten ist. Also es gibt kaum ein Dach, was gleich ist, außer eben in einer Musterhaussiedlung Benjamin. Oder im Thema Heizung, Klimasanitär zum Beispiel, da ist ja auch jedes Badezimmer oder jede Heizungsanlage wirklich individuell und deswegen wird da ganz oft von Projekten gesprochen. Und daher wird diese Projektabwicklung in diesen Betrieben immer Projekt genannt, obwohl es eigentlich das normale Tagesgeschäft ist. Also jeder Auftrag ist natürlich individuell, aber wie Sie bei der Projektsabwicklung vorgehen, das ist wiederkehrend. Und deshalb handelt es sich hier eben nicht um Projekte, sondern um Prozesse und sind damit Teil der Ablauforganisation. Also auch wenn Sie in baunahen Berufen arbeiten, dann sind es eben keine Projekte, sondern es sind eben Prozesse, weil die Art und Weise, wie Sie vorgehen, wie Sie eben ein neues Haus bauen, wie Sie eine Heizungsanlage austauschen, wie Sie ein Dach eindecken, wie Sie einen Dachstuhl machen, wie Sie da vorgehen entsprechend, das hat ja eine gewisse Logik, eine gewisse Reihenfolge und deswegen sind es eben Prozesse, auch wenn jeder Auftrag natürlich individuell ist. Ein echtes Projekt wäre es, wenn Sie eine neue Lagerhalle für Ihr eigenes Unternehmen bauen würden. Also tatsächlich etwas, was singulär oder zumindest nur in sehr großen Zeiträumen wiederkehrend ist. So, aber jetzt ganz wieder zurück zur Ablauforganisation. Die Ablauforganisation klärt, was zu tun ist, also die Aufgaben in der richtigen Reihenfolge. Als Beispiel nehmen wir mal eine klassische Papierrechnung, die kommt vom Lieferanten, die wird zuerst eingescannt und wird dann elektronisch dem Verantwortlichen zur Prüfung vorgelegt. Und danach wird dann eben die Rechnung bezahlt und an die Buchhaltung weitergegeben. Die Rechnung erst zu bezahlen und danach zu prüfen, das wäre ja jetzt wenig sinnvoll. Also deswegen die richtige logische Reihenfolge. Zur Ablauforganisation gehört ebenfalls die Klärung, wer für eine Aufgabe zuständig bis quasi verantwortlich ist. Das kann zum Beispiel eine Person sein, eine Abteilung oder, und das ist der viel geschicktere Weg, bei der Modellierung von Prozessen eine Rolle. Die Rolle ist dann zum Beispiel ein Rechnungsprüfer oder mehrere Personen können, die auch mehrere Rollen inhaben. Und üblicherweise hat auch eine Person mehrere Rollen. Das heißt, die Frau Meier prüft eben nicht nur die Rechnungen der Lieferanten, sondern sie erstellt zum Beispiel auch Angebote. Und einmal ist sie dann eben in der Rolle des Rechnungsprüfers und einmal eben in der Rolle des Vertriebsinnendienstes. Und wenn jetzt noch ein neuer Kollege dazukommt zum Beispiel, dann kann man ihnen einfach in der Modellierung diese Rolle zuweisen und muss nicht jeden einzelnen Prozess anpassen. Oder wenn jetzt jemand auch aus dem Unternehmen ausscheidet, genau das Gleiche, dann wird eben die Verbindung zwischen Person und dazugehörigen Rolle getrennt, aber die Rolle verbleibt dann letztendlich an dem Prozess, macht die Modellierung viel, viel leichter. Die Ablauforganisation klärt auch, womit eine Aufgabe erledigt wird. Also wenn wir an die Rechnungsprüfung denken, brauchen wir vermutlich einen geprüften Lieferschein zur Rechnung und vielleicht auch noch die Bestellung, um zu gucken, ob das wirklich zusammenpasst. Das sind dann die Informationsträger für die jeweilige Prüfung. Um sie wirklich durchzuführen, bedienen wir uns vielleicht noch diverser Software, um sich zum Beispiel ein PDF anzuschauen oder einen Prüfvermerk an das Dokument zu heften oder eben auch in einem Workflow dem Vorgesetzten zur Prüfung vorzulegen. Das gibt es zum Beispiel in Warenwirtschaftsprogrammen. Denken wir mal an SAP zum Beispiel, da gibt es wirklich Rechnungsprüfungsworkflows für größere Unternehmen und Ähnliches. Das kann man natürlich auch sich selbst zusammenbauen, zum Beispiel mit A-Work. Das ist so unser Workflow-Tool, was wir eigentlich im eigenen Unternehmen im Einsatz haben und auch gerne immer mit empfehlen. Woher und wohin sind ebenfalls Fragen, die die Ablauforganisation klärt. Das sind also die berühmten Prozessschnittstellen, die oft schlecht funktionieren. Also von wem bekomme ich die notwendigen Unterlagen oder das notwendige Material, also die Inputs, um den Prozess auszuführen? Und an wen muss ich mein Arbeitsergebnis, die Outputs, denn weitergeben? Und wenn Sie das Thema Inputs und Outputs nochmal näher ansehen will, für den haben wir hier oben ein ganz tolles Hintergrundvideo verlinkt. Schauen Sie mal mit rein. Da sieht man auch gleich, wie man das am Prozess mit modellieren kann. Richtig gut wird aber Ihre Ablauforganisation noch, wenn die Themen wie Volumen oder Durchlaufzeiten gesteuert werden. Also wie viel Output soll denn der Prozess erzeugen? Zum Beispiel 1200 geprüfte Rechnungen pro Jahr. Oder wie lange soll ein Prozessdurchlauf wirklich dauern? Zum Beispiel sieben Minuten je Rechnung, die ich eben zu prüfen habe. Das lässt sich hervorragend mit Prozesszielen verknüpfen, für das wir auch hier ein Erklärvideo mit ganz vielen Hintergrundinfos haben. Und Prozessziele sind enorm wichtig, wenn Sie wirklich das Prozessmanagement in Ihrem Unternehmen zum Laufen bringen wollen. Wie werden jetzt die Prozesse in der Ablauforganisation dargestellt? Richtig, mit Prozesslandkarten für den Überblick und Flussdiagramme für die Detailansicht. Und das Thema Prozessmodellierung hat ganz, ganz viele Aspekte, wie man was entsprechend darstellen kann und so weiter, welche Informationsobjekte man entsprechend alles mit dran bringt. Und um ein einziges Video reinzupacken, ist das natürlich ein bisschen viel. Und deswegen verlinke ich jetzt hier gerne die gesamte Playlist, die wir schon gemacht haben zum Thema Flussdiagramme, Gateways und Co. Schauen Sie mal mit rein und suchen sich dann genau dieses Video raus, was dann eben genau Ihr Informationsbedürfnis stellt. Abonnieren Sie den Kanal, dann können Sie nämlich ganz in Ruhe diese Videos rauspicken, die Sie gerade interessieren und vor allem verpassen Sie keine neuen. Wir werden das nämlich noch entsprechend weiter ausbauen. Ich hatte Ihnen auch am Beginn des Videos versprochen, über die Passung von Aufbauorganisation und Ablauforganisation zu sprechen. Die Aufbauorganisation ist das, was in einem Organigramm abgebildet wird und in Hierarchie-Ebenen gliedert. Also zum Beispiel die Abteilung Vertrieb mit den beiden Teams Vertriebsinnendienst und Vertriebsaußendienst. Und leider kommt es aber immer wieder vor, dass das Organigramm und die Prozesslandkarte eben nicht zusammenpassen. Zum Beispiel werden Aufgaben des Marketings, nämlich für Anfragen von Interessenten zu sorgen, vom Vertrieb erledigt oder Materialbestellungen, macht der Einkauf, aber im Prozess ist es in der Projektvorbereitung vorgesehen, wo eigentlich ein Projektleiter sich drum kümmern würde und so weiter. Diese Liste kann man jetzt wirklich endlos spinnen, warum es immer wieder da Überschneidungen gibt und die Schnittstellen umgeklärt sind. Und immer wieder kommt es dann eben dort zu diesen massiven Reibungsverlusten, die man dann versucht, aufwendig mit einem RASI-Modell entsprechend zu klären und was wird denn dann wie übergeben und was sind dann wirklich die Leistungsobjekte und Ähnliches. Deswegen ist da mein wirklicher Ratschlag, bringen Sie Ihre Aufbau- und Ihre Ablauforganisation in Einklang, indem Sie die Verantwortung tatsächlich in die Hände der Prozessverantwortlichen legen und nicht mehr die Leiter der Linienabteilungen bevorzugen. Das heißt, die Linie, die Macht der Linie muss wirklich zurückgefahren werden und die Macht der Prozessverantwortlichen muss gestärkt werden und schlussendlich, ganz krasse Geschichte, schaffen Sie das Organigramm ab. Steuern Sie wirklich Ihr Unternehmen über die Prozesslandkarte und über die Prozessverantwortung und damit haben Sie auch einen Überblick und Sie haben auch eine Hierarchiestruktur. Aber in dem Moment, wo Sie das Organigramm abschaffen, haben Sie einfach diese ständigen Reibereien einfach aus dem Unternehmen raus. Und wie das genau funktioniert, da gibt es nämlich ein paar Teilschritte, die man beachten sollte, die man dafür braucht, auch das zeige ich im nächsten Video, in dem es darum geht, die Prozessorganisation radikal umzusetzen. Also das Folgevideo greift genau das ab. Wir sehen uns dort herzlichst, Ihr Axel Schröder.